Hallo Leute, ich bin's wieder, der Pixook und ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Video zu Dauntless und ja, heute machen wir eine Frost-Patrouille und ich hab mich eventuell in einen Gott verwandelt. Ja, das war der Cut und ja, ich zock mit Martin wieder und äh, ich zeige euch ganz kurz, warum ich zu einem Gott geworden bin. Er war mir auf dem einen Auge blind geworden, aber hier ich bin einfach ein Lichtgott, obwohl es eine Feuerrüstung ist, die gefärbt ist. Scans hat eben abgestürzt, ja. Wo, wie? Wie sieht er aus? Geil! Also, Flederhaus habe ich mir schon denken können, als ich die Rüstung gesehen habe. Ouhh! Ouhh! Fett! Warte mal kurz! Wir haben noch Visionen, gell! Ähm, glaube schon. Sollte ich noch was? Äh, ich muss gleich mal... Okay, gut, wahrscheinlich werden wir zwei Sachen hinkriegen in diesem Video, äh, das war doch, ne, Drusk, er war, ach ja, das war der Schock. Stimmt, das müssen wir machen, damit wir, glaube ich, neue Monster freischalten. Und das war das Monster, den wir am letzten Part richtig verkackt haben. Und deshalb werde ich den Part wahrscheinlich nennen, wir rächen uns an Drusk oder irgendwie sowas. Rache an Drusk. Keine Ahnung. Das sagt aber nur daran, weil Martin eine schwache Rüstung haben, wir, hat, wir haben so extrem viele Level 7er Monster in letzter Zeit bekämpft, die sind echt nicht so schwierig, wie, äh, da, als wir gekämpft haben. Komm, wusstest du das, wenn man die Zellen, ne? Wenn man die Zellen... Wenn man die Rüstung auszieht, dass die Zellen dann wieder aus dem Slot verschwinden, heißt es die Zellen, ne, dass wenn die Rüstung auszieht und der Ansicht, dass dann die Zellen der Neu auslust los... Ja, ich weiß, ist mir auch gerade ein bisschen aufgefallen. Auf den Helion... Warte mal. Auf den Hellen, auf den Geilen von Boreos hatte ich eine richtig starke Zelle, der... Ach, die nur... Ah, ja, okay, gut. Boreos-Helm hat andere Zellen als der andere. Okay, gut, also Rüstungszeile haben auch verschiedene Zellen und, ja. Warte mal, bist du in meiner Jagdgruppe? Schnell, join, join, join. Ja, hier sind wir wieder, so, nach dem Cut. Aber warte mal, warte mal, warte mal, was mit... Warte mal, aber wir müssen schon noch normalen den Drusk bekämpfen, oder? Den müssen wir schon normal bekämpfen. Ja, den ganz normalen. Den müssen wir einfach noch bekämpfen. Und das ist nur so eine Zusatzmission, oder? Ja, aber... Okay, gut. Dann... Aber ich glaube, um neue Monster freizuschalten, müssen wir echt nur noch Drusk bekämpfen, weil die anderen habe ich kein normales Ausrufezeichen, sondern... Dann nur noch die Event-Ausrufezeichen. Martin ist in der Gruppe, jetzt läuft alles hoffentlich richtig. Und übrigens, die Fails sind nicht dazu da, um versuchen, Videos zu strecken. Ich mache, glaube ich... Ich weiß nicht, ob überhaupt Werbung in meinen Videos kommt. Ich mache damit eh kein Geld. Dass mir alles egal ist. Es sind einfach... Ihr sollt auch mal sehen, wie dumm ich bin. Ach. Echt? Was will er dann so hochladen? Also, man muss sich echt, wenn man YouTube machen will, muss man sich echt überlegen, was man hoch... Also, dann ist es echt doof, weil ich... Ich persönlich habe auch ein paar Probleme, weil ich manchmal nicht weiß, soll ich das jetzt weiter hochladen? Habe ich überhaupt Lust drauf? Zum Beispiel jetzt bei Escape ist... Ich versuche, das jetzt so ein bisschen schneller zu beenden. Ich habe gerade einen Part angefangen aufzunehmen vor einer Woche oder so. Kann man aber gerade nicht weiter zum Aufnehmen und deshalb, ja... Ist das so schon, aber ich meine, man muss echt wissen, was man machen will. Was man hochladen will. Ja, also mir geht es darum, dass Leute mich meines Erachtens anschauen. Das wäre cool, so 50 Abonnenten oder so mal was zu haben. Ich würde auch ein cooles Special für machen, aber... Mir geht es nicht um Fame auf YouTube, das ist... Ich mache es einfach auch Spaß. Ja, also... Sobald man so 100 hat, dann steigt es schon ein bisschen schneller und... Aber mir geht es halt echt nicht um Geld, es geht mir einfach nur um Spaß und ich möchte so ein bisschen zeigen, wie dumm ich bin oder... Halt irgendwie sowas. Warte, ich sollte auch gleich erscheinen, auf jeden Fall, ja, das ist halt... Und, ja, hier bin ich, perfekt. Ich habe eine richtig gute Rüstungsstärke und eine richtig gute Waffenstärke. Oh lol, die hat die Handschuhe von unserer Rüstung. Vielleicht die Silly Teddy Bear. Nein, ich habe meine... Soll ich schnell auf eine neutrale Waffe umstellen? Da können wir... Da können wir bestimmt... Nein, meine neutralen Klingen sind schwach. Ich suche schnell nach irgendwas, was ich stärker war auf neutralen Schwert. Nein. Nein. Pistole. Ja, aber ich kann ja, glaube ich, nicht mehr die Aufsätze ändern, oder? Die ist bei mir Pflanze. Die ist bei mir Pflanze gerade. Oh, schnell. Neutral, jetzt solltest du dann neutral sein, oder? Griff, Käpt'n, Griff. Kammer, Slaven, Kammer. Es sollte jetzt alles auf neutral sein, die Waffe, oder? Steine als Prisma habe ich als Schuss. Das ist egal, oder? Oh, gut. Dann schnell eine Zelle ausrüsten. Oh, ich muss schnell noch hier was einsetzen, und hier. Oh, meine Waffenstärke ist so... Schaffen wir das jetzt, gell? Ich hoffe es einfach. Stimmt. Ich werde auf Fernkampf wahrscheinlich bleiben, weil ich bin mit den Pistolen noch nicht so gut. Das ist meine zweite Runde mit den Pistolen. Stimmt. Und auch sehr guten Schaden macht, also. Ich mag, Kammer will. Echt. Dann müssen wir erfahren, einen Spieler haben hier. Jemand mit Lichtrüstung. Ich komme... Wer? Der, der... Feuersignal dort hinten. Oh Gott, ich bin gerade fast drunter. Oh nein, der, oh Gott, Zeller. Okay. Offiziell wird es jetzt eine... What? Okay, es wird ein, oh Gott, Zeller geben. Ab sofort, ich komme jetzt... Hallo? Ich bin gerade an Bäumen hängen geblieben, tut mir leid. Jetzt hat's gut. Nein, äh. Hä? Ich kann nicht schießen. Ich kann nicht schießen. Ich kann nicht schießen. Ach, mit Viereck schießen. Nee. Ach, einmal aktivieren und dann kann man erst schießen. Sorry. Ja, ich... Ich musste erst die Waffen ziehen. Wenn ich dicht an Gegner bin, dann mache ich, äh, ganz, ganz viel Schaden, gell? Äh, ja, ich, äh... Also, wenn ich nachlade und ganz dicht an einem Gegner bin. Boah, richtig viele Fäden sind bei mir. Ich versuche irgendwie... Oh ja, den Schwanzangriff darf man nicht unterschätzen. Was macht meine Dreiecksattacke? Äh, Kraftfeld. Ich bleibe gerade auf Entfernung. Ich habe noch kein Damage getaked. Liegt aber auch daran, weil ich auf Entfernung bleibe. Und so ein bisschen Pussy Mode spiele. Aber ich versuche halt so lange wie möglich zu überleben. Und euch so oft wie möglich zu heilen. Äh, verreckt man aus. Und das kann man mit den Pistolen echt gut. Das ist ein Grund, dass ich die Pistolen mag. Man kann auf Pussy Mode spielen. Mit den Sensen nicht so gut. Aber er ist echt langsam, der Gegner. Also, das Viech. Mega... Ein Buff-Trank, also ein Stärke-Trank. Erstmal gegönnt, dass es... Oh. Ich glaube schon. Also, wenn du Eisgranaten hast, dann konnte ich mir das schon vorstellen. Ah, fuck. Er ist aber schon angehütet, oder? Nee, nicht wirklich. Ich erkenne da nicht so viel. Und ich habe ja auch eine neutrale Waffe, wenn das funzt. Dann würde ich... Stimmt, dass der auch Revolver. Ah, okay, gut. Mist. Oh. Ausweichen. Ich habe richtig schön viel Schaden gemacht. Wo ist er? Ich glaube, er hier schon weg ist. Wenn er... Er ist noch mal zu gut. Er ist, wenn er abgehauen... Er ist abgehauen. Ja. Aber geiler abhauen. Ich finde es irgendwie komisch. Wie er so auf seinen so zu rennt. Ja. Der kämpft so langsam und auf einmal kann er sich wie ein Blitz bewegen und abhauen. Ja. Ja, das habe ich auch so beim letzten Part sogar gesehen. Ja, ich habe mein Video angeschaut. Auch beim Schneiden. Da muss man sich es ja anschauen. Was ich an Revolvern mag, ist dieses coole Play, wie du auch so, äh, rollst. Das ist ultra cool, finde ich. Komm schon. Bam, 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 bam. Gut. Ja, ich habe in diesem einen Stream, wollte ich eigentlich viel mehr Games zocken. Aber konnte ich nicht, weil wenn ich Game wechsle, würde ich Streamen automatisch beendet, das wusste ich nicht. Deshalb beim nächsten Special Streamen wird es wahrscheinlich sein, dass es an mehrere Teile aufgeteilt ist. Sollte ich nur noch kurz erwähnen, weil nicht, dass alle sich beschweren. Bei mir. Ich bin doch auch unerfahren. Wie, Granaten? Ich habe keine Granaten mehr. Ich habe keine Granaten. Oh. Ah, Mist, jetzt hätte ich das machen müssen. Nice ausgewichen. Ich habe es mit dem Stärker noch nicht so verstanden, aber Hauptsache wir klatschen ihn. Stimmt, Schwanz wäre auch mal geil zu fokussieren. Oder an seinem Schweif, für wen Schwanz zu pervers ist. Ich versuche jetzt nur noch den Schweif zu treffen. Soll ich auf Full Risk gehen? Ich kann mir ein Ding ins Trank. Haben wir ihn getötet? Schaut mal, wie leicht der war, Leute. Nullmal niedergestreckt bei mir. Okay, ich habe auch Pussy Mode gespielt, aber... C-Rang. Ja gut. Egal. Egal. Ich habe es geschafft. Darum ging es mir. Also, was will ich mehr? Bitte, sollten wir jetzt ein Schattenmonster freischatten oder ein Lichtmonster? Aber es ist so unwahrscheinlich, glaube ich. Es wäre einfach geil. Ja, sondern wirklich, irgendwann mal wirklich, wenn wir eine richtig gute Ausrüstung haben. Oder irgendwie sowas, meinst du, oder? Ja, die sind nämlich viele, die sind nämlich auch eine Stufe schwieriger wie ein Monster. Also, ihr habt es gesehen, der war easy. Aber sieh doch daran, gegen Drusk sind Pistolen so OP, weil der so langsam ist. Oh, drei Quests. Okay, gut. Bitte. Bitte. Ja, wir haben ein neues Monster. Ich habe ein neues Monster. So ein Nashorn. Geil. Irgendwie hätte ich Lust drauf, aber nee. Nee, nee. Wir machen eine Eisjagd. Wir machen eine Eisjagd. F. Patrouille. Patrouille, meine ich. Ich habe noch ein paar Müsse. Das ist eine Patrouille, Luca. Wir müssen uns die Jusk machen. Drusk, wir haben noch gerade... Mit einer neutralen Waffe wieder, gell? Was ist? Warte mal. Bitte habe ich auch, bitte habe ich auch eine neue. Jusks Auge. Die sieht cool aus. Was kann die? Soll ich die... Ich rüste Drusk Auge aus, okay? Okay. Okay, ich habe Drusk Auge ausgerüstet. Ja. Okay, gut. Was wolltest du? Wir müssen... Wir müssen jagen. Wir müssen... Panga kriegen sehen ultra geil aus. Wir müssen es nicht um uns zu jagen. Und darf noch von dem herstellen. Ja. Wir müssen die Panga aus dem Kugel. Ja, warte mal ganz kurz. Ich... Standardlauf. Ich brauche neutrale Kugeln dafür. Dann könnten wir vielleicht noch den Noe Lertian herstellen. Jo, und wir schalten... Ja, stimmt, ja. Gut, dann machen wir noch... Oh, Verfolgung. Neutral haben wir... Oh, wir haben neuen Shrike. Und Rage Tale. Wir haben neuen Shrike freigeschaltet. Vibrant, Shirok, lol. Terra, Rockfall. Wir haben die... Wir haben die alten Monster gut freigeschaltet. Oh, Stufe 8. Ich freue mich schon irgendwie so, den irgendwann zu bekämpfen. Das klingt so dumm, aber ich freue mich so extrem. Endlich dieses eine Viech irgendwann mal zu bekämpfen. Das Lichtviech. Das ist... Das ist... Das ist... Das sind... Junge, das ist das Standard-Terra-Monster in Mächtig, gell. Das ist so geil. Ja, stell dir mal vor, wie viele vom Mann von dem bekommt. Junge. Also, Racha und Ross richtig schön und jetzt nochmal Lichtmonster freigeschaltet. Danke, Game. Danke. Ich sag mal so viel. Das Ziel von Martin und mir ist es halt quasi, dass er Licht... Ja. Aber das ist das Ziel... Das... Du mein Scharen. Ja. Ich hab ein Fragezeichen noch irgendwo. Bei Scharen... 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 Oder sowas. Den meinst du? Und äh... Äh... Dingens... Ähm... Was soll ich sagen? Also, das Ziel von Martin und mir ist quasi, dass er dann in Lichtrüstung rumläuft und ich in Schatten. Also, Dunkelheitsrüstung. Das wäre so ein cooles Ziel. Und jetzt starte ich erstmal die Jagd. Bis zum nächsten Mal. 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 Ja, ich hab's. Echt? Granatenerstellung. Kalte Granaten und... Ich mach... Nein! 20 Inferno-Granaten herstellen. 20 davon. Und jetzt ganz schnell Tränke machen, wenn ich noch genug habe. Komm schon, bitte. Luftschlagsignal, was macht es? Du, das ist ja... Ultra... Geil! Äh, Luftschlagsignal, hast du das auch? Nein, ich kann keine... Okay, gut, dann muss ich ganz schnell... Äh, ich hab was richtig cooles herausgefunden. Ähm... Oh, äh, ja, das ist mein... Wecker. Cool, cool. Ähm, ich nehm das da und nehm Kids. Aber ist dieses Luftladen-Ding-Signal, ist, ähm... Ist nur wegen lang, warum man es sehr fragtisch. Jo, Inferno... Ausdauer... Ausdauer... Und... Mal einen Luftschlag-Test. Ne, Eis ist immer recht schnell. Dann... Das da. Das da. Und hier in die Gruppe. Und du bekommst noch Luftschlag und Eisgranaten und Feuer. Das ist so mein Set, das ich... Okay, gut. So, also dann... Ich muss da mal los. Ich muss da mal los.